Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von profischnapp.de und ich zeige Ihnen heute die Garnitur Lulu, L-O-U, L-O-U von Tommy M. Hier als große Ecke mit zwei verschiedenen Sitztiefen in einem ganz tollen Anilinleder naturbelassen Light Green. Lulu ist eine Lümmel-Garnitur. Die ganzen Kissen, was Sie sehen, haben wir reingeschmissen, um zu zeigen, dass das einfach was ist, wo man sich reinflätscht. Nicht eine strenge Sitzgarnitur, sondern eine Lümmel-Garnitur. Sie können hier mit der ganzen Familie einen schönen Fernsehabend machen, haben genügend Platz. Die Außenmaße hier sind 2,28 x 2,78 m. Also Sie brauchen durchaus etwas Platz. Aber ich würde sagen, für mich, wo auch gerne ein bisschen Lümmelt, wäre das ein tolles Stück. Ganz klassisch kubisch gehalten, hier mit diesen Jeans. Nähten. So genäht, dass es unregelmäßig aussieht. Also jedes Teil anders. Und das Leder ist natürlich der Hammer. Ein naturbelassenes Anilinleder mit einem leichten Finish drauf. Leicht aufgeraut, unheimlich hautsympathisch. Ein Leder für Leute, die eigentlich kein Leder mögen. Ganz natürlich wirkend. Toll. Also ich finde das ganz klasse. Form, kubisch klassisch, ohne jeglichen Schnickschnack. Hier geht es darum, bequem zu leben. Lulu hat den Nachteil, dass es sacklich teuer ist, regulär. Unter 5000 Euro werden Sie so eine Ecke ohne Kissen nicht bekommen. Die ist voll mit Top-Leder bezogen. Zweiter Nachteil, Sie brauchen viel Platz. Und dritter Nachteil, ein normales, komfortables Sitzen ist hier nicht möglich. Es ist eine Lümmler Garnitur. Die Seite hat 15 cm mehr Sitztiefe wie die Seite. Hier kann ich schon sitzen. Sie sehen es. Aber es ist natürlich nicht ein Hochlehnsitzen. Lulu für Lümmler. Von Tommy M., meinem Freund aus Oberfranken, Thomas Machalke. Ich mag seine Art, Möbel zu bauen, sehr. Er ist der Lederpapst. Er ist derjenige, der sich Dinge traut im Leder, die andere sich nicht trauen. Tommy M. aus Lichtenfels in Oberfranken. Ein echter Geheimtipp für mich in der ganzen Szene. Lulu ist auch ein Geheimtipp für Leute, die lümmeln wollen. Sind Sie ein Lümmler, kaufen Sie Lulu. Lulu Advertising. Diese Garnitur gibt es im Frühjahr 2020 bei profi-schnapp.de. Auf der Website profi-schnapp.de. Oben rechts Lulu, L-O-U, L-O-U eingeben. Und dann kommt diese Garnitur und eine weitere in Braun, die wir im Moment haben. Immer nur als Einzelstück, weit unter Regulärpreis, da es sich um einen Ledertest handelt. Sie können die Gruppe live anschauen. In 7286 Empfingen, 30 Minuten südlich vom Autobahnkreuz Stuttgart auf der Bodensee-Autobahn fahren. Abfahrt Empfingen. Und ruckzuck sind Sie bei uns, Freitag, Samstag geöffnet. Und nach Ihrem Wunschtermin, wenn möglich, rufen Sie mich an. Ihr Lutz Reinhardt von profi-schnapp.de. Dankeschön und Tschüss.